ein Digital mit einem Verkehrsministerium zusammenzulegen, ist einfach eine Frechheit. Das zeigt doch, dass ich dem jeweiligen Ressort mit all dieser Arroganz zu meinen, ich könnte beides zusammenlegen, nicht genug Aufmerksamkeit schenke. Und vor allen Dingen auch nicht die Priorität, die jedes einzelne dieser Ressorts verdient hätte. Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PiuPax und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Business-Alltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und inspirieren. Folge 60 von Business Unplugged und niemand geringerer als Deutschlands bekanntester Tech-Blogger Sascha Pallenberg war bei mir zu Kast. Ich kann nur sagen, es war ein grandioses Gespräch, also wirklich grandios. Wir haben über die Digitalisierung in Europa und Deutschland gesprochen. Wir haben sie sehr, sehr breit besprochen in unterschiedlichsten Aspekten. Wir haben aber auch über Saschas Karriere als Blogger gesprochen, seine Zeit bei Daimler und warum ihm jetzt das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist. An der Stelle, lieber Sascha, herzlichen Dank nochmal, dass du zum Jubiläum zu Gast warst und diese Folge so phänomenal werden hast lassen. Und für alle, die zuhören, hört es euch an, ihr werdet begeistert sein. Viel Spaß damit. Lieber Sascha, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass du mein Gast in der 60. Folge bist vom Podcast. Hallihallo und liebe Grüße hinüber nach Asien. Vielen, vielen Dank, Johannes. Das ist ja fast die Jubiläumsausgabe. Ist richtig, ist super. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich das mit dir begehen darf. Du, Sascha, du bist ja so ein Tech-Geek, ein Technologie-affiner Mensch und genau die Leute und auch Mercedes-Fans, die wissen wahrscheinlich, wer du bist und die, die auch auf LinkedIn unterwegs sind. Ich würde dich aber gerne kurz vorstellen für die ZuhörerInnen, die dich nicht kennen oder die der Name Sascha Pallenberg nicht sagt. Du bist einer der bekanntesten oder wenn nicht sogar der bekannteste deutsche Tech-Blogger und auch Consultant in dem Bereich. Du bist seit mehr als 20 Jahren in dem Bereich nämlich tätig auch. Zwischen 2010 und 2013 wurdest du auch viermal zum global einflussreichsten Journalisten und Blogger im Bereich Mobile Computing gewählt. Du hast seit 2016 auch gleich mal den goldenen Blogger erhalten und zum Blogger des Jahres in Deutschland gekürt. Also hier nochmal ganz klar eine Blogger-Ikone, sage ich mal, mit der ich heute sprechen darf. Du hast 2012 auch den Tech-Blog Mobile Geeks gegründet und bis 2016 betrieben. Warum nur bis 2016? Jetzt kommt der Link zu den Mercedes-Fans, die ich vorher irgendwie erwähnt habe. Du bist nämlich dann Anfang 2017 in die Unternehmenskommunikation der Daimler AG gewechselt und hast dort bis Anfang 2021 als Head of Digital Transformation für die Change-Prozesse gerade gestanden oder hast die vorangetrieben. Und danach ging es 2021 zur Aware-Plattform, also Deutschlands erster Nachhaltigkeitsplattform, bei der du jetzt Chief Awareness Officer bist. Du bist auch, und die Mobilität hat dich nicht losgelassen, ist ja eines deiner Lieblingsthemen im Arbeitskreis Mobilität der Handelskamm Hamburg. Und seit 2022 hast du wieder auch deinen eigenen Blog. Ich nenne es jetzt mal Blog, das ist mehr als nur Textbeiträge, es sind Podcasts, es sind Videos und so weiter. Und zwar mitacheles, indem du, und so schreibst du ja, nicht nur über Tech- und Netzkultur schreibst, sondern dieses Selbstdurchlebst und dann auch berichtest davon, also dass die Leute dann wirklich auch das, ja, live quasi miterleben von dir. Und damit die Leute es auch ein bisschen einordnen können, die ZuhörerInnen, was bedeutet, hier auch der Blog, was heißt sehr erfolgreich, 19.000 Subscriber deines Newsleiters, kann ich nur empfehlen, ich selber bin einer davon, ja, und er freut mich immer wieder da hinein zu schmökern. Und du bist da mit deinem Newsletter quasi unter den Top 10 sogar in Deutschland. Und auch dein Podcast mitacheles, bei dem du über diverseste Dinge sprichst, sei es jetzt über Android und iOS-Themen bis hin zur IAA, ist auch regelmäßig in den Top 3 der deutschsprachigen Tech-News-Charts. Krasser Lebenslauf. Krasse Sachen, die du gemacht hast. Wow. Vor allen Dingen erklärt das ja, dass ich das nicht erst seit gestern mache und mein biblisches Alter wird in einer gewissen Art und Weise extrem positiv damit unterlegt. Ich nehme das erstmal so mit und man kann natürlich auch immer sagen, meine Güte, Awards und Auszeichnungen, Auszeichnungen, was sagt das denn, dass du irgendwo auch gut darin bist, Awards und Auszeichnungen zu gewinnen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt das größte Qualitätsmerkmal für die jeweiligen Erzeugnisse sein. Aber trotzdem war ich natürlich froh, dass es für etwas, was du mit einer entsprechenden Leidenschaft betreibst, weil ich glaube auch nur, dass du dann erfolgreich sein kannst, dass das dann bei dritten und vierten so ankommt, dass sie dir so etwas zugestehen. Klar, das tut schon gut. Weil du Leidenschaft gerade erwähnst, das kam ja auch vor in einem Interview, das du geführt hast mit dem Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx, der da auch zum Thema Technologie gesagt hat, es geht ein bisschen zu langsam alles, aber es funktioniert aber auch nur, wenn eine gewisse Sexiness da ist und auch Begeisterung und Leidenschaft da ist. Ist das eigentlich so deine Aufgabe, die du siehst? Ich meine, es macht natürlich Spaß, ja? Anders kann das nicht funktionieren, vor allen Dingen glaube ich nicht in so einem Business. Das ist ja mal abgesehen von den diversen Angestellten und Beratungsverhältnissen und Projekten, die ich mache, ist das ja etwas durchaus Autodidaktisches, dass man sich über viele, viele Jahre aneignet und mit dem man auch nicht von heute auf morgen, also heute habe ich die Idee, morgen fange ich an, damit Geld zu verdienen. Denn, also, um an den Punkt zu kommen, dass ich zum allerersten Mal mit einem Blog von mir so viel Geld verdienen konnte, dass ich davon leben konnte, hat es über zehn Jahre gedauert. Also ich habe über zehn Jahre hinein investiert, um an den Punkt zu kommen, dass mich die Blogger- und die Tech-Karriere getragen hat. Und das heißt dann aber auch nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Ich glaube auch die Zeit nach Daimler, die natürlich dann auch in eine globale Pandemie reingefallen ist, wo wir, glaube ich, so oder so andere Perspektiven eingenommen haben und uns andere Fragen gestellt haben, weil alles irgendwie so auf Pause gedrückt war. Das war dann auch nicht so einfach für mich, wenn du über viele, viele Jahre selbstständig warst und dann angestellt bist und dir werden die nervigsten Prozesse im Grunde genommen abgenommen und dann wieder rüber in die Selbstständigkeit und du musst dir wieder Gedanken machen, Was machst du jetzt? Wie finanzierst du dich? Das Angestellten-Tum hat mich in einer gewissen Art und Weise faul gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Spannend. Lass uns da dann nachher nochmal drüber quatschen, da würde ich gerne drauf eingehen, weil tatsächlich, wie ich zu deinem Lebenslauf durchgeschaut habe, irgendwann die Frage gestellt habe ich mir gedacht, ich muss dich das fragen, wie war das eigentlich? Du warst Blogger, selbstständig, wie war das? Wie bist du zu Daimler gekommen? Hat dich Zetsche angerufen und gesagt, Herr Pallenberg, also ich gehe mal davon aus, dass es sehr förmlich war oder dass es sehr förmlich ist, wir hätten da was? Kommen Sie mal rüber und machen Sie mal oder war das so ein offizieller Bewerbungsprozess? Wie darf man sich das vorstellen? Wie bist du an die Head of Digital Transformation Position, wie ist die entstanden? Oder wie bist du da auch dazugekommen? Ich bin dann tatsächlich von meinem direkten Vorgesetzten angerufen worden. Das war ein 60-Sekunden-Pitch und der hat gesagt, der mit dem Schnäuzer hat gesagt, ich soll Demeter Kappa anrufen. Weil das ist ja gerade bei so Führungspositionen, die von extern reinholen, ohne entsprechende Assessment Center und haste nicht gesehen. Durchaus ein Prozess, der nicht so einfach ist, insbesondere wenn derjenige, dem diese Ehre zuteil wird, dann auch noch sagt, ja, wenn ich in Taiwan bleiben kann, dann können wir uns darüber unterhalten. Was dann ja auch nicht einfach ist. Also diese Konstellation hat es zuvor einem Gesamtkonzern auch so nicht gegeben. Umso glücklicher und privilegierter fühle ich mich nach wie vor heute noch, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Auch wenn das dann in Anführungsstrichen nur vier Jahre gedauert hat, bis wir dann sagen mussten, okay, war eine tolle Zeit, aber ich muss jetzt hier den Einkehrschwung bekommen. Aber das war schon spannend, das erleben zu dürfen. Und ich sage es immer wieder mit dem Dürfen und dass ich das als ein Privileg angesehen habe, weil ich A, ein Fanboy der Marke bin. Ich mag Pioniere im technischen Umfeld. Und die Automobilindustrie ist ein extrem komplexes, kompliziertes technisches Umfeld. Und von der Produktion mit Abstand das Schwierigste, was es überhaupt gibt in der Produktion. Es gibt kein anderes Produkt, was weltweit so komplex, vor allen Dingen, wenn du dann in das Volumen hineingehst, wo du dann ja einfach zusehen musst, dass die Qualität über 400.000 Einheiten eines Produktes, was aus 7.000 verschiedenen Komponenten besteht, die weltweit gesourced werden, wenn du das alles zusammenholst, dann ist es einfacher, also bitte nicht falsch verstehen, aber es ist einfacher, irgendwo eine Rakete zu bauen oder ein Auto mit einer Auflage von zehn Stück, weil dann bist du in so einer Manufakturabteilung unterwegs. Und damit möchte ich nicht ansatzweise den Ingenieuren und Ingenieuren von SpaceX und der NASA auf die Füße treten. Die leisten natürlich was völlig anderes, auch im sicherheitsrelevanten Bereich natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, ein Auto, wenn man überlegt, wir haben 1,4 Milliarden Fahrzeuge auf unseren Straßen, da ist natürlich auch Sicherheit ein riesengroßer Aspekt, der da mit reinkommt. Also nochmal, das ist dieser Punkt, das erleben zu dürfen und zu sehen, wie das hinter den Kulissen ausschaut, vor allen Dingen aber natürlich, wie in so einem großen Konzern, kommunikative Prozesse. Das wäre meine nächste Frage. Das wäre so meine nächste Frage. Also du kommst ja aus der Selbstständigkeit in einem Konzern. Zigtausend Leute und wir wissen alle, wie es im Konzern abläuft. Du hast doch noch dieses ganze Unternehmenskultur und politische Gehacke, also nicht falsch verstehen, aber man muss politisch die richtigen Knöpfchen drücken. Wie war das für dich? Wie bist du da aufgeschlagen? Das ist, glaube ich, schon auch ein gewisser Aufschlag. Ich bin ja entsprechend vorbereitet da reingekommen, mal abgesehen von den Erfahrungen, die ich bezüglich des Aufbaus von Formaten, von Plattformen, die Art und Weise, wie man die verschiedensten digitalen Distributionskanäle nutzt, wann man sie nutzt, wie man sie bespielt und das dann auch noch mit einem Budget, was letztendlich, bei uns, bei Mobile Geeks war ja komplett durch Bootstrapping. Ja, also wir haben da jetzt nicht irgendwie, kam dann ein VC an und sagte, hier sind fünf Millionen, macht mal. Sondern das hat sich alles entwickelt. Alles ist wieder selber in die Company reingegangen und dann haben wir die Möglichkeit gehabt zu wachsen, bis Mobile Geeks dann irgendwann mal 14 Angestellte hatte, bis ich gegangen bin. Und wenn du diese Erfahrung mitnimmst und zwischen dem ersten Anruf und der Entscheidung, das machen zu können, vergingen so etwa zwei Monate, also im August 2016 habe ich gesagt, ja, das können wir machen. Bis ich dann im Februar 2017 aufgeschlagen bin, habe ich die Zeit natürlich A genutzt, Mobile Geeks möglichst auf die Beine zu stellen, wo ich davon ausgegangen bin, dass die Plattform war leben kann und B, mich komplett, und das meine ich wirklich komplett und umfangreich in alles hineinzuknien. Das hört sich jetzt so ein bisschen too much an mit alles, weil so ein Konzern wie Daimler inklusive der verschiedensten Marken, Daimler gibt es ja in der Form nicht mehr, hat natürlich wahnsinnig viel Inhalt digital produziert. Aber ich habe diese sechs Monate genutzt, um wirklich alles aufzusaugen, was irgendwo ging, mit Notizen dazu gemacht und bin dann am Tag eins da hingekommen, habe gesagt, also bin mit einer Art Tüne da hingekommen, in der gesagt hat, ich kann das Ding dann hier in 48 Stunden umkrempeln. Dass das völlig anders, mittel- und langfristig aufgestellt wird und ganz andere Zahlen im Digitalen erzeugen wird. Nach 48 Stunden habe ich mir gedacht, scheiße, also eine gewisse Form der Motivation ist wichtig, aber nach 48 Stunden habe ich mir gedacht, scheiße, da hast du dir aber jetzt wirklich was aufgehalst. Schön. Man muss auch, nochmal, diese naive Motivation halte ich immer für extrem wichtig. wie anders sonst sollst du an extrem komplexe Aufgaben herangehen, als nicht zu sagen, weißt du was, so viele coole Ideen, das wird so Bock machen, wir schaffen das, das wird so cool werden. Und das, was dann auf dich zukommt, das kann natürlich Step by Step hier und da demotivierend sein, aber das ist dann halt die Herausforderung, die man meistern muss. Ja, absolut, da bin ich bei dir, sonst wirst du auch gelähmt und kommst auch nicht den Schritt weiter, sonst traust du dich auch gar nicht an die Sachen heran. Das ist, ja, zu Tode gefurchten ist auch gestorben, also das ist genau das. Ja, du hast dann, oder ich sage jetzt mal, da diese, die Transformation, diesen Change begleitet und hast ja da auch Mercedes oder Daimler nach etlichen Jahren da nach vorne getrieben und deinen Schäuferl dazu beigetragen. 2021 ist es dann aber vorbei gewesen, Ende 2021, du bist ja dann, wie ich schon gesagt habe, zur Aware-Plattform gegangen, als Chief Awareness Officer. In dieser Zeit, von Mercedes, du hast es schon gesagt, er ist auch Corona gefallen. Wie hat Corona eigentlich da mit hineingespielt, dass du sagst, okay, gut, ich drehe mich, ja, oder nicht ich drehe mich, aber ich mache was anderes und den Fokus, seitdem du auch sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit legst. Corona hat für mich einfach alles geändert. Ich habe eigentlich, ich würde mal fast sogar sagen, den Full 360 gemacht. Also, dass der Sascha mit 16 oder 17 in all seinem Idealismus, der sich viele Dinge nicht hätte vorstellen können, der seit einigen Jahren Bescheid wusste über den, damals hat man es noch Treibhauseffekt genannt und den Klimawandel und sehr engagiert war bei diesem Thema, der sich nicht hätte vorstellen können, 20 Jahre lang einem Jet-Set-Business zu frönen, in einer großen Company zu arbeiten, mit eigentlich im Tech-Bereich so allen großen Marken über viele, viele Jahre zusammenzuarbeiten, der hätte sich damals wirklich sehr, sehr stark gegen diese Idee gesträumt. Dann fand diese Entwicklung und dieses Erwachsenwerdens und der Findungsprozess des persönlichen Purposes statt und des Weges, den man karrieretechnisch für sich einschlägt. und der ging dann einfach immer weiter und immer weiter nach vorne, weil letztendlich ich dann auch competitive war, von meinem Naturell her generell und diesen Wettbewerb und die Herausforderungen, die dieser mit sich bringt, immer dankend angenommen habe, wirklich dankend. Also für mich war das eigentlich wie immer wie eine Art von Wirtschaftssimulation. Muss einfach besser sein als die anderen, dann kannst du dich dann platzieren, du musst nicht größer sein, du musst nicht mehr Budget haben und mehr Women and Manpower, du musst einfach besser sein und ein bisschen smarter sein und Dinge schneller umsetzen. Nach Taiwan 2019, ich bin 2006 in die USA gezogen, dann 2009 nach Taiwan, warum habe ich das gemacht? Weil halt hier niemand von der Tech-Szene war, die international berichtet haben. Das waren alles nur Local Outlets, die hier waren und dann habe ich meine Sachen gepackt für zwei Wochen habe mir hier ein Hotel genommen, haben nach sieben Tagen eine Wohnung und habe gesagt, so, ich werde jetzt aus Taiwan berichtet und dadurch habe ich einen Vorteil gehabt, gegenüber allen, komplett gegenüber allen und wenn ein Spiegel und eine Welt und eine Zeit und was weiß ich nicht für eine Redaktion sich gedacht haben, ey, wir müssen auch auf einer Consumer Electronic Show sein, dann waren die da mit ein oder zwei Leuten und wir waren aber schon mit zehn oder zwölf Leuten da, weil wir wussten, dass wir dieses Thema ganz, ganz anders belegen können und wir zum Teil durch die Freiheiten, die uns die selbst gebaute Plattform auch ergeben hat, ganz, ganz andere Möglichkeiten hatten. Also dieses kontinuierliche Grenzen ausprobieren, schneller zu sein als andere Dinge schneller umzusetzen. Wenn du dir heute Tech, also ich möchte jetzt nicht meine eigene Laudatsige schreiben, aber es gibt so ein paar Punkte, die schreibe ich mir komplett hier aufs Hemd drauf und die lassen ich mir auch von keinem anderen klauen. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, vielleicht mal von Heise abgesehen, weil Heise Autos gab es einfach auch schon seit vielen, vielen Jahren, aber die Art und Weise wie heute Tech-Blogs über Autos berichten, über Smart Home, aber auch über Streaming-Dienste, Unterhaltungsangebote und so weiter, da hat Mobile Geeks als erstes mit angefangen, die ganzen Sachen, also Tech breiter aufzumachen und Industrie- und plattformübergreifend versuchen, Schrittmengen zu beackern. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut gemacht und dann mit Daimler hat all diese persönliche Karriereentwicklung dann nochmal ein sensationelles Finale gefunden, wobei ich, nachdem ich angekündigt habe, zu gehen, genug Angebote hatte, um beim nächsten Konzern anzufangen. Aber ich habe gesagt, sorry, liebe Leute, aber das geht nicht mehr. Ich muss hier Kontrolle haben. Dann kam die Corona-Pandemie. Ich habe mich persönlich gefragt, was ich im Leben will und ob ich überhaupt noch so weitermachen kann, ob die Art und Weise, wie ich durch die Gegend fliege. Ich fliege übrigens immer noch interkontinental. Ich fliege morgen nach Austin, nachdem wir das jetzt ja aufgenommen haben. Bin dann da irgendwie für zwölf oder dreizehn Tage. Ja, ich gleiche das alles aus. Ja, ich weiß, dass es schädlich ist, aber das, was ich da mache, glaube ich, hat einen größeren Impact als das, was mein Abdruck, den ich versuche, wie gesagt, in einer gewissen Art und Weise, was natürlich auch eine Form von Ablasshandel ist und mir ein gutes Gewissen verschafft, ausgleichen möchte. Aber ich versuche schon, einen entsprechend positiven Impact da zu lassen. Aber im Vergleich zu dem, bin ich vorher zehn, zwanzig Mal häufiger geflogen als das, was ich jetzt mache, mindestens. Da war alle zwei, drei Wochen ein Interkontinentalflug angesagt. Manchmal bin ich in einer Woche dreimal interkontinental geflogen, was aus heutiger Sicht mir extrem peinlich ist. Ich kriege das von meiner heutigen Position überhaupt nicht mehr in den Kopf rein. Und in einer gewissen Art und Weise, und damit mache ich jetzt den 360 auch jetzt hier bezüglich meines Monologs zu, bin ich in vielen Dingen wieder bei diesem 16-jährigen Sascha angelangt, der voller Idealismus versuchte, seinen Weg in dieser Welt zu finden und seine Position zu finden. Und ich sag mal so, zu 30, 40 Prozent bin ich da wieder angelangt. Ich bin wieder hoffnungslos romantischer Idealist geworden, weil ich glaube, meine Güte, wie anders willst du Dinge ändern? Ja, ist schön. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und wenn du jetzt wieder bei deinem früheren 16-jährigen Ich bist, da kommt doch vielleicht auch wieder diese Naivität nochmal raus, die dich auch wieder in dem Bereich nochmal nach vorne treibt. Ich bin, also, die Art und Weise, wie ich dann von Daimler rausgegangen bin und für mich selber überlegt habe, neben meinem Gig bei Aware, wie bekomme ich wieder selber etwas hin, war nun nicht nur von Naivität geprägt, sondern auch von einer ungehörigen Arroganz, weil man ja wusste, dass man schon mal erfolgreich war damit. Und dann kommt hier eine Kombination zusammen, mit der du nur auf die Schnauze fallen kannst. Ja, Naivität gepaart mit Arroganz ist Recipe for Failure in jeglicher Form. Und ich bin mit dieser Arroganz rangegangen, dachte mir, du schnippst hier mit den Fingern, du willst das nächste Format raushauen, das wird super erfolgreich werden, hab dann auch bezüglich Planungsprozessen etwas Neues zu entwickeln, so unfassbar kompliziert gedacht, wie in so einem Großkonzern. Weil das, wenn die sowas aufwitzen, ist das das komplizierteste Dinge überhaupt. Deswegen kommen viele Sachen einfach auch nicht auf die Straße. Ja, dann in sechs Monaten hast du dann nicht endlich mal über 74.000 Meetings ausdiskutiert, was man denn machen möchte, aber bis an einen Punkt angelangt, wo du dir einfach denkst, ist das zeitlich überhaupt noch relevant, wenn wir das jetzt machen. Für mich ist übrigens an dem Kontext von Mercedes das beste Beispiel, dass die irgendwie so einen NFT-Scheiß mit so einer Digitalagentur aufgesetzt haben, den sie jetzt auf der Scammer-Plattform Twitter raushauen, mit einem goldenen Haken, wo sie 1000 Euro für im Monat bezahlen und dann ist eine Webseite, die DSGVO-konform ist und dann steht dann da drunter und diese NFTs werden von der Projektleitung X4Z789ETH und also mit kryptischen Namen, die sich anhören wie von so einem Scriptkiddy Discord-Channel. Ja, und das läuft mittlerweile unter so einer Mercedes-Subdomain und du denkst dir nur so, meine Güte, aber du weißt natürlich, die wollten unbedingt dabei sein, als dieser Hype um diesen Rotz und sorry, dass ich da so direkt bin, weil es ist einfach Bullshit und Verarsche, da wollten sie mit dabei sein, aber durch diese komplexen Prozesse dauerte das so lange, dass die nun mittlerweile in einer Welt damit auf den Markt gekommen sind, wo Gott sei Dank 99% der Menschen wissen, dass das Frauds und Scams und Bullshit ist. Und das sind so Sachen und ich hab das mal auf, ich hab's glaube ich auf LinkedIn kommentiert, in dem ich sagte, wenn Ahnungslose auf Skrupellose treffen, mit Ahnungslosen meine ich die Verwalter des Budgets und mit den Skrupellosen meine ich die Tonis von dieser Digitalagentur, die diesen Kack auch noch umgesetzt haben. Mir tut das einfach in der Seele weh, weil beide Seiten in einer gewissen Art und Weise keine Ahnung haben von diesen Dingen. Aber es passiert einfach immer wieder und du kommst einfach mit diesen Strukturen, mit diesen Prozessen raus, gehst wieder in die Selbstständigkeit und denkst so, raffst aber gar nicht mehr, dass du ja jetzt hier in der Einzelkämpferabteilung wieder unterwegs bist und natürlich aufgrund dessen gar nicht das so umsetzen kannst. Und da habe ich dann, das ist dann diese Paarung von Naivität und Arroganz gewesen, wäre es nur die Naivität gewesen, dann hätte ich einfach losgelegt, ja, und etwas ganz, ganz Simples gemacht, wie ich das zum Beispiel mit Metacheles mache. Metacheles ist, das Format ist zwar geplant gewesen über viele, viele Monate, aber die Geschichte ist somit das Simpelste, was ich je gemacht habe, ja. Und das musste ich wieder lernen. Ja, spannend, schön zu hören, das ist wirklich, ich finde es auch sehr schön, wie du so emotional wirst. Aber wie genau auf den Punkt. Also, weil es mich einfach auch noch ärgert, weil ich da dran hänge. Wäre ich im Konzern gewesen, hätte ich denen gesagt, bitte arbeitet mit so einem Schrott nicht zusammen. Ja, lasst mich hier nicht verarschen und über den Tisch ziehen, weil ich ja gar nicht wissen will, was das gekostet hat. Das will man oft nicht wissen, das ist richtig. Ja, aber du hast gerade was ganz, ganz Verspannendes gesagt, Konzernkomplexe Prozesse, kompliziert alles, verhindert den Fortschritt und die sind jetzt auf den Markt gekommen, wo eigentlich alles schon durch ist und die Leute eigentlich wissen, was gespielt hat. Du bist ja nicht nur in dem, also man kriegt es ja schon mit, du sprichst über NFT, du sprichst über Mobilität, du sprichst über dies und jenes, du hast auch gesagt Mobile Geeks, ihr habt euch einfach extrem breit aufgestellt. jetzt würde ich gerne mal den Versuch, einen Bogen mit dir zu spannen und zu sagen, digitale Transformation, du stehst ja auch für nachhaltige, digitale Transformation. Wenn du dir das alles, also wenn ich mir das jetzt zusammenreibe, was du bisher schon erzählt hast, kann ich mir vorstellen, wo wir dann irgendwo rauskommen, aber wenn du dir das jetzt einmal auf Deutschland und auf Europa, ich nehme jetzt mal die beiden, also das Land und den Kontinent her, beziehst, wo stehen wir da hinsichtlich digitaler Transformation aus deiner Sicht im Vergleich zu anderen? Erstmal glaube ich, dass die Grundidee einer Digitalisierung auch eine Steigerung der Nachhaltigkeit ist. Warum? Digitalisierung hat vom Prinzip her die Aufgabe und vielleicht sogar fast den philosophischen Anspruch schon, Dinge effizienter zu machen, weniger Energieeinsatz, weniger Men-and-Women-Power, schneller zum Ergebnis kommen, Dinge zu vereinfachen. Also das sind alles sehr positiv aufgeladene Eigenschaften, die die Digitalisierung mit sich bringt und die sind alle nachhaltig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber was ist denn, wenn jetzt Microsoft auf einmal feststellt, durch ihre Large-Language-Modelle, die sie mit OpenAI und Bing angehangen haben, die Rechenzentren entsprechend ausgebaut werden und sie aufgrund dessen 20 oder 30 Prozent mehr Energie verbrauchen, weil Mariechen von um die Ecke irgendwelche lustigen Fake-Bilder vom Papst in einem Balenciaga-Anorak generieren möchte. Ja, das kostet wahnsinnig viel Rechenpower, sowas zu machen. Tatsache ist aber, all das ist sehr, sehr einfach messbar im Digitalen. Das Monitoring im Digitalen ist natürlich, und die entsprechenden Wertschöpfungsketten abzubilden und zu reporten, kann weitaus einfacher transparent und nachvollziehbar dargestellt werden als in einer analogen Welt. die Digitalisierung in Europa oder in Deutschland oder selbst auf eine Stadt pauschal zu B, vielleicht sogar auch fair zu verurteilen, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, auch hier gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten innerhalb Europas. Wenn du dir anschaust, in welcher Situation sich die Geflüchteten aus der Ukraine befunden haben, als sie in Deutschland angekommen ist, dann haben die wahrscheinlich gedacht, oh meine Güte, wenn die jetzt auch noch hier irgendwie mit dem Gutenberg, mit dem Kartoffeldruck ankommen, dann ist das genau eigentlich die Fortführung der Erlebnisse, die gerade auf uns ja einströmen, weil die das nicht verstehen konnten. Oder red doch mal mit jemandem aus den baltischen Staaten, aus Estland. Also ich konnte jetzt hier von Taiwan in Estland innerhalb von, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann eine Woche für brauche, eine Firma gründen, in Estland digitalen Zweitwohnsitz anmelden, etc. Versuch das mal in Deutschland, meine Güte, good luck with that. Es muss auch nicht alles digitalisiert werden, also nicht jeder Prozess wird durch eine Digitalisierung besser. Ich glaube, dass viele Dinge erschwert werden dadurch, wenn es auch keinen menschlichen Kontakt mehr gibt, auf dem Weg hin Lösungen zu finden. Aber wir haben in Deutschland und in Europa trotz dieser über 30 Jahre andauernden Wertegemeinschaft und in diesen 30 Jahren, dann rede ich vor allen Dingen darüber, wie die durch Schengen-Abkommen dann auch Grenzen und so weiter aufgegangen sind, die Reisefreiheit, die freie Wahl des Wohnsitzes und wo du arbeiten möchtest und so weiter. Das hat ja wahnsinnig viel gemacht mit uns. Aber leider gibt es immer noch so wenige Standards, die länderübergreifend funktionieren. Und die kann es ja auch nicht geben, weil je weiter du reinzoomst aus der Idee Europas, aus diesem einen der wichtigsten Wirtschaftsräume weltweit gibt, einer der größten Ballungszentren, wo die mit die meisten Menschen leben, reinzoomst runter auf die Staaten. Und innerhalb der Staaten findet selber die absurdesten Formen des Föderalismus statt. Da rede ich noch nicht mal von 16 Bundesstaaten oder Länder zu haben in Deutschland. Ich glaube, als sensationellste sind es zum Beispiel Verkehrsverbünde. Es gibt in Deutschland über 120 Tarif- und Verkehrsverbünde. Das Land leistet sich die Möglichkeit, 120 unterschiedliche Companies zu haben, die Menschen im ÖPNV von A nach B bringen werden. Das heißt, wir haben 120 verschiedene Gesellschaften, die unterschiedliche Uniformen, unterschiedliche Ausbildungen haben, die unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten beziehungsweise Prozesse haben, die unterschiedliche Designs haben, die mit unterschiedlichen Companies zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und dann wird das echt richtig, richtig schwierig, weil du denkst, wenn wir das im Kleinen runtergebrochen noch nicht so richtig hinbekommen. Im Jahre 2022 wurde das Gott sei Dank über das 9-Euro-Ticket zum allerersten Mal aufgebrochen. Man hat eigentlich den schlimmsten Eintritt, diesen Tarifwirfer, erstmal weggehauen. Und jetzt mit dem Deutschland-Ticket ist man auf der nächsten Stufe und an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Volker Wissing, auch wenn er das jetzt nicht hören wird, aber dass er sich dann noch mal stark potenzialiert, das Ding fortzusetzen, nachdem man schon die schlimmsten Befürchtungen hatte, das Ding muss bestehen bleiben. Aber das meine ich mit Digitalisierung. Wir haben zu viele Inselentwicklungen, wir haben zu wenige Standards, wir besser zu wissen und wir verkomplizieren das alles. Und Deutschland ist ein Meister, wenn es darum geht, etwas zu verkomplizieren. Es gibt doch mal diesen schönen Satz, also wenn du ein Top-Steuerrechtsanwalt wirst, dann musst du in Deutschland studieren. Oder dann musst du zumindest mal ein bisschen in Deutschland gearbeitet haben, weil 80, 90 Prozent der globalen Steuerliteratur auf Deutsch geschrieben ist. Und das sagt eigentlich alles darüber aus. Das ist übrigens der Nachteil dessen, was diese deutsche Mentalität mitbringt. Und das betrifft natürlich auch dann die digitale Transformation. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Vorteile. Das heißt, daraus entstanden ist natürlich auch eine Mentalität des Perfektionismus. Und das heißt, im Engineering und im Product Development sind deutsche Firmen einfach weltweit. und das industrieübergreifend sowas von führend und sowas von angesehen, dass es keine vergleichbare Marke wie Made in Germany gibt. Das unterschätzen wir leider auch oft in der eigenen Blase, in der man sich in Deutschland befindet. Wir haben hier in Taipei sechs deutsche Reformhäuser. Steht drauf, auf deutsch, deutsches Reformhaus, große Deutschlandflagge, verkauft wird hier, Chinaöl, made in Germany, 30 Euro umgerechnet, die kleine, ja was ist das, 0,1 Liter Pulle, 100 Milliliter Pulle. Du hast hier, wir haben Zwillingmesser, wir haben Vorwerkstau, wir haben die ganzen diversen deutschen Küchenanbieter, unter den deutschen Autos, zehn Prozent der deutschen Automarken ist unter dem taiwanischen Nummernschild nochmal ein deutsches Nummernschild runter. Das finden die alle sensationell. Das gleiche hast du in Japan. Wenn du in Akihabara im Computer fittest, gibt es Kaufhäuser, da werden die Durchsagen dann einfach auf japanisch, auf chinesisch, auf englisch und auf deutsch gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Kannst du dir vorstellen, dass im KDW mal irgendwann die Durchsagen auf japanisch gemacht werden? Chinesisch vielleicht schon eher, weil einfach entsprechend viele Touristen da sind. Aber das muss man begreifen, um zu verstehen, wie wir uns in den letzten 100 Jahren durch die industrielle Revolution 150 Jahren entwickelt haben, was in Deutschland für eine Mentalität und auch für ein Anspruchsdenken entstanden ist und wie das nun auf einmal auf eine Welt trifft, nämlich die Digitalisierung, die ganz andere Entwicklungszyklen hat, die viel, viel schneller sind, Hype-Cycles generieren, wo wir viel, viel schneller exponentiell steigen können, aber genauso exponentiell auch wieder fallen können, was auch für Deutsche extrem das Problem ist, denn wir sind ja auch Weltmeister bei Versicherungen, da sieht man auch diese Angst, auch das trifft dann auch wieder auf dieses, ja wir möchten aber ganz gerne berechenbar unterwegs sein, deswegen haben wir wahnsinnig viele Versicherungen, falls da was passieren sollte und so weiter, dann habe ich dann immer irgendwas, das kommt alles auch zusammen, unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Entwicklungen und dann trifft das zum Beispiel, und deswegen habe ich dieses Beispiel Estland genannt, oder die Ukraine, vergleichbar, vergleichsweise, und damit möchte ich jetzt nicht irgendwie historisch jemanden auf die Füße stellen, aber vergleichsweise junge Gesellschaften, die da entstanden sind, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich vor 30 Jahren neu gefunden und neu positioniert haben, die natürlich auch nicht so groß sind, die nicht so auf eine riesengroße bestehende traditionelle Infrastruktur aufsetzen mussten, sondern sich sagen konnten, es gibt so viele Bereiche, wo wir mit einem weißen Blatt Papier anfangen konnten und diese Ergebnisse sehen wir da und ich glaube, das ist die größte Challenge, die wir überhaupt in Europa haben, diese Angst mit dem weißen Blatt Papier anzufangen, die Angst davor, alte Zöpfe abzuschneiden, die Angst davor, Fehler zu machen und vor allen Dingen dann in einer gewissen Art und Weise das Risiko, das wir benötigen, um einfach mal auch zu sagen, ach, weißt du was, das probieren wir jetzt mal und wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert, aber wir nehmen diese Erfahrung mit. Also ich sehe Europa in so einer, das ist so eine Twilight Zone, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht Nacht, das ist aber auch nicht Tag, das ist so Dämmerung, das ist irgendwie dazwischen und man, die Sonne kämpft noch so gegen den Mond, gegen den Aufgehenden und das ist manchmal so ein bisschen schade, weil wir können das ja alles, das meine ich wirklich so, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Wir können das alles, ja, es gibt in Europa mit die besten Forschungszentren zur künstlichen Intelligenz, es gibt in Europa tolle Entwicklungen, wenn es darum geht, Halbleiter-Technologien aufzusetzen. Guck dir ein ASML an, guck dir ein NXP an, guck dir ein Infineon an, guck dir an, was wir im Großraum von Dresden, im sogenannten, ich hasse dieses Wort, Saxony Valley, für eine Erfolgsgeschichte geschrien, da sind mittlerweile 60.000 Arbeitsplätze entstanden, die im Jahr einen Umsatz in dieser Branche von über 14 Milliarden Euro generieren. Wir können das alles, aber es muss einfach mit ein bisschen mehr Standards, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Optimismus angegangen werden und da habe ich immer Angst, dass es in Europa oft dann so lange hinausgezögert wird, bis auf Deutsch die Kacke am Dampfen ist. Ja, also wenn du wirklich ein Problem hast, wirklich in der Krise, auf einmal geht das alles schnell. Ich glaube, wir sind Krisenbewältigungs- Weltmeister. Wenn es richtig rappelt, kommen wir zusammen, kriegen das auf die Kette. Ich hätte es lieber, wenn das dann mittel- und langfristig geplant ist, nicht so eine Binär-Idee ist, wir gehen von Null auf Eins, ja, von heute auf morgen, sondern etwas ist, was dann einfach auch eine Übergangsphase hat, weil das ist so wichtig, um Menschen abzuholen, weil für viele, viele Menschen ist nämlich das basierend auf dieser traditionellen Konditionierung, ist das ein Problem, wenn etwas zu schnell passiert. Spannend. Ich habe, ja, spannend, dir zuzuhören und ich bin da absolut bei dir und was mich da nochmal interessieren würde, wie würdest du denn das angehen? Ich meine, alte Zöpfe abschneiden und so weiter, ich stoße da ins gleiche Horn wie du, sei es digitalisiert, sei es auch selbst mal in meinen Projekten, wenn ich immer bei meinen Kunden bin, ich habe das Gefühl, dass Deutschland sich halt dann einfach politisch lehnt, weil die einzelne Wählerstimme dann mehr zählt, als einmal, sag ich mal, das mittel- und langfristige Wohl der Gesellschaft. Es ist nicht nur in Deutschland, so ist es ja genauso wie in Österreich genau das Gleiche. Zu sagen, scheiß drauf, wir müssen, wenn wir mittelfristig erfolgreich sein wollen und die Leute mitnehmen wollen. Und diejenigen, die das nicht aus dem parteipolitischen oder aus dem Machtkalkül heraus angehen, sind dann meistens nur noch diejenigen, die dafür abgewatscht werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland. ein Digital mit einem Verkehrsministerium zusammenzulegen, ist einfach eine Frechheit in jeglicher Form. Meine Güte. Bei aller Liebe, es ist eine ähnliche Frechheit wie, dass Nancy Faeser meint, während Bundesministerin zu sein, auch noch in Hessen sich zur Wahl stellen zu können. Was soll das? Könnt ihr bitte euren Job machen? Ihr habt genug damit zu tun. Ich kann auch nicht auf 74 Hochzeiten tanzen, weil mein Tag hat wie eurer auch nur 24 Stunden. Das ist einfach eine Arroganz. Das ärgert mich. Das zeigt mir doch, was heißt das denn? Das zeigt doch, dass ich dem jeweiligen Ressort mit all dieser Arroganz zu meinen, ich könnte beides zusammenlegen, nicht genug Aufmerksamkeit schenke. Und vor allen Dingen auch nicht die Priorität, die jedes einzelne dieser Ressorts verdient hätte. Denn die Verkehrswende ist von so fundamentaler Wichtigkeit für den Standort. Weil das ist das Rückgrat der deutschen Industrie, was wir hier beackern. Das ist aber auch das Rückgrat dessen, wie eine Gesellschaft überhaupt funktioniert. Denn ohne Mobilität funktioniert das nicht. Ohne eine vernünftige, nicht zu kostenintensive Mobilität können wir den ganzen Laden nicht so weiter betreiben. Das geht überhaupt nicht. Genauso können wir all das nicht machen, ohne dass wir digital werden. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, bürokratische Prozesse abzubauen, zu vereinfachen, schneller zu werden. Wie schaffe ich es, jungen Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit zu geben, schneller ihre Company auf die Straße zu bekommen, schneller Business zu machen, schneller ihre Ideen umzusetzen, schneller einzubinden, auch in öffentliche Prozesse, wo sie sich entweder positionieren und darstellen können, aber vielleicht auch Tipps geben können, wie man in Zukunft zusammenarbeiten kann. Weil die sind ja in Deutschland nicht döver oder schlauer als in anderen Ländern. Wir haben die gleichen Voraussetzungen. Die haben alle den gleichen Zugriff auf das Netz wie jemand in den USA. Die haben alle den gleichen Zugriff auf alle Informationen, die diese Menschheit, nahezu alle Informationen, die die Menschheit jedes Mal herausgebracht haben. Das müssen wir einfach nutzen und zu sagen, wir legen so etwas zusammen. Ich halte das für einen Affront. Ehrlich, da fühle ich mich persönlich nicht ernst genommen. Und das ist so schade, weil ich auch hier glaube ich wieder, dass auch jemand wie Volker Wissing, dem ich sicherlich nicht in allen Punkten zustimmen kann, nicht mal ansatzweise, aber ich halte ihn auch für einen Menschen, der weiß, was er da macht und der genauso weiß, dass die Entscheidung, die er trifft, mit die fundamentalsten Infrastrukturen beeinflusst. Ich würde sogar sagen, nach Energie die fundamentalste Infrastruktur. Energie, damit meine ich nicht nur den Strom, damit meine ich natürlich auch unsere Lebensmittelproduktion, Import, Export, hast du ja nicht gesehen, wie viel Energie in unseren Körper bekommen. Ohne das Ding funktioniert gar nichts. Strom zu haben, haben wir fünf Tage lang keinen Strom. Jeder große Versorger in Deutschland hat eine Notfallgeschichte in der Schublade, die sagen dir, nach einer Woche reißen dir die Leute die Hütte ab. Das meine ich wirklich so. Eine Woche lang kein Strom, dann ist Ende auch mit den Generatoren und so weiter. Dann haben wir gesamtgesellschaftlichen Problemen. Haben die Menschen nichts zu essen, wird das auch nach der Woche ziemlich schlimm. Aber der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, die Mobilität, weil Menschen müssen zu ihren Arbeitsplätzen kommen, müssen die Kinder abholen, die müssen zur Schule kommen, die müssen einkaufen gehen können und so weiter und so fort. Und last but not least die Mobilität unserer Daten und Informationen. Es gibt ja dieses schöne Wort in Deutschland, der Datenautobahn. Das sind für mich die vier wichtigsten Säulen, die wir überhaupt haben, wenn wir jetzt mal das Thema Sicherheit und medizinisch versorgen in ihrer Art und Weise ausklammern würden. Aber ohne diese Fundamente funktioniert nichts. Deswegen ärgert es mich, dass wir kein eigenes Digitalministerium haben. Wir hatten mit der Doro Berne eine Staatssekretärin in einem solitären Ressort, was zuvor losgelöst war. Ich hätte mir das wirklich gewünscht, wenn das weitergegangen wäre. Ich hätte mir vielleicht auch durchaus im Verkehrsministerium eher jemanden gewünscht, den sie dann ins Landwirtschaftsministerium abgeschoben haben, weil ich glaube einfach, dass er ein bisschen kompetenter da gewesen wäre diesbezüglich. Übrigens auch im Kontext der Industrie, wo er sich wirklich gut auskennt. Und ich denke mir, dass das, was jetzt in den nächsten zwei Jahren innerhalb, will nicht zu politisch werden, bitte nicht falsch verstehen, aber letztendlich reden wir ja hier über Entscheidungsträger, die uns sagen, wo die Reise hingeht oder zu gehen hat. Das entscheiden wir ja nur alle vier oder fünf Jahre, indem wir an die Urne gehen. dass wir in den nächsten zwei Jahren, eigentlich hätten wir das auch schon seit zehn Jahren haben müssen. Ich bleibe dabei, für mich eine der wichtigsten Reden, die jemals neben der sensationellen Rede zur Verantwortung Deutschlands im Kontext des Holocaust, die Rede von Richard Weizsäcker im Altbundestag, dann in dem neueren Bundestag in Bonn Roman Herzog, seine Ruckrede und ich bin alles andere offensichtlich als ein Konservativer. Beide Reden haben mich extrem und zutiefst beeindruckt, haben mir Perspektive gegeben für mein Leben und waren motivierend. Etwas Ähnliches würde ich mir wünschen, nicht nur als Rede, sondern auch in der entsprechenden Ausführung. Und das gibt es zum Teil. Ich glaube, dass Dinge schneller passieren, als sich viele Menschen es hätten vorstellen können. Ich glaube aber, genauso passieren viele Dinge langsamer und nicht mit einer kommunikativen Geschlossenheit, um das mal sehr diplomatisch zu sagen, die es benötigt, um transformative Prozesse in die Gesellschaft zu tragen. Also den Wortentaten folgen lassen. Genau. Vielleicht wäre es ja was für dich, die Position. Also vielleicht ruft ja auch mal, vielleicht ruft dich ja auch mal einer an, so wie der gesagt hat, mit dem Schnauzer, ruft es den mal an. Das geht überhaupt nicht. Ich habe zwar alle meine 130 Tweets gelöscht, seitdem Elon Musk da ist, aber ich glaube, irgendjemand, dem ich mal auf die Füße getreten habe, der wird Screenshots von irgendwelchen Tweets von mir gehabt haben, die ich morgens um vier Uhr hier im Irish Pub oder so rausgehauen habe und das würde mir dann komplett auf die Füße fallen. Ich kann also, die Politik ist für mich leider keine Option. Beratenderweise durchaus. Da gibt es Gott sei Dank genug, mit denen man sehr, sehr offene und ehrliche Gespräche führen kann und konnte. Und damit meine ich das wirklich quer über alle politischen Spektren, die mit ihren Füßen auf der demokratischen, freiheitlichen Grundordnung der Bundesrepublik stehen. Also da gibt es wirklich nur eine Ausnahme im Parlament, mit denen du es nicht machen kannst. Aber alle anderen waren immer wirklich sehr, sehr offen dafür und hatten immer ein offenes Ohr gehabt. Und auch das war schön zu sehen und erleben zu dürfen. Ich glaube, dass wir den Job der Politikerinnen und des Politikers häufig nicht genug wertschätzen und häufig pauschalisieren aufgrund der Erfahrung mit dem Verhalten von Ausnahmen. Und das ist leider manchmal ein bisschen schade, weil es braucht gute Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Wir brauchen auch vernünftigen Nachwuchs, die dann ganz einfach die nächsten Generationen durch die Herausforderungen führen, von denen wir nicht weniger bekommen werden. Ja, also es ist natürlich auch schwierig. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn du sagst, nee, ist nichts für mich, meine Tweets. Vor allem auch, wenn einem, und man merkt das ja so schön, dir liegt ja auch das Herz auf der Zunge. Ja, komplett verloren. Die erste Pressekonferenz, da wird die Bild-Zeitung am nächsten Tag auf DIN A0 als Starship gedruckt. Das kannst du mal sein lassen. Aber versuchen wir es werden. Das sind ja auch so Sachen, die auch im Konzern extrem schwierig waren. Die Daimler-Zeit hat mich diplomatisch geschult. Das ist wirklich so. Glaube ich. Das hat richtig gut gemacht. Und du musst vor allen Dingen auch überlegen, ich war gerade drei Monate da, da stand in Untertürkram die Staatsanwaltschaft bezüglich des Dieselskandals vor der Tür. Ja, und da habe ich ja nicht viel unterschrieben gehabt, dass ich dann die nächsten dreieinhalb Jahre in einer Krisenkommunikation unterwegs bin. Aber es hat mir, im ersten Moment dachte ich mir so, ach du Scheiße, nee. Wofür hast du denn jetzt hier unterschrieben? In der Retrospektive war das ein Glücksfall, um zu lernen. Um zu lernen, wie du mit solchen Situationen umgehst. Wie dann, welche Prozesse in Gang gesetzt werden. Und also das, da bin ich unendlich dankbar für, dass ich das erleben durfte. Wirklich. Das hat mich stark geprägt. Und das hat mich definitiv zu einem ausgeglichenen Menschen gemacht, diplomatischen Menschen. Und ich habe mir in der Zeit beim Daimler viele, viele Shitstorms eingefangen, im Kontext dieses Dieselskandals. Wenn du das erste Mal Morddrohungen bekommst wegen so einer Scheiße, das musst du dir mal vorstellen, dann ist das alles nicht mehr ganz so, ja, ganz so lustig. Zumal du ja nicht dann irgendwie unter Toni Maroni 456Y mit einem Fake-Foto präsent warst, sondern jeder wusste, wann, wo bin ich irgendwo. Dann ist das, dann ist das wirklich schwierig. Aber das hat mich wirklich, das hat mich wirklich geprägt. Und das hat mich zu einem Menschen gemacht, der im Digitalen heute weitaus genügsamer mit einer gehörigen Portion I don't give a fuck unterwegs ist. Ja, dass ich mich nicht mehr von jedem Toni triggern lasse und mir denke, ach mein Gott, denk doch, was du möchtest. Ja, wichtig ist mir ja ganz einfach nur, dass du im halben Jahr nochmal drauf guckst und dir denkst mal, meine Güte, was habe ich für einen Quatsch erzählt? Ich glaube, er hatte recht gehabt. Übrigens ist es bei mir umgekehrt genauso. Wenn ich weiß, dass ich mit ihr einer Vorhersage richtig vor die Wand fahre, dann ist das Allerbeste, was du machen kannst, sehr öffentlich das Büßerhemd anzuziehen und zu sagen, jetzt habe ich da einen Scheiß erzählt. Verdammt nochmal mit dem Wissen von heute, mit der Position ist mir das super peinlich, was ich damals gesagt habe. Und das ist tatsächlich auch so. Das sage ich jetzt nicht nur, um daraus noch irgendwie Kapital bezüglich der Authentizität oder was auch immer zu schlagen, sondern mir ist das unfassbar peinlich. Und dann ist, glaube ich, Ehrlichkeit und Transparenz immer das Allerwichtigste. Aber ihr dürftet auch einiges richtig gemacht haben. Ich habe erst gestern wieder gelesen, dass BMW und Mercedes als einzige deutsche Hersteller ziemlich aufgeholt haben, auch im asiatischen Bereich mit der E-Mobility und dem Thema Digitalisierung. Also diese Antriebswende der deutschen Hersteller, das ist immer noch eine Herausforderung. Ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen. Insbesondere, wenn es um den chinesischen Markt geht, insbesondere dann auch noch, wenn es um das Volumensegment geht, also ist es für einen VW weitaus schwieriger auf diesem Markt, sich gegen die dortige Konkurrenz zu behaupten, als im Prima- und Luxussegment, was Mercedes, Audi und BMW, die, glaube ich, immer noch weltweit zusammengenommen, für 85 Prozent der Absätze in diesem Bereich zuständig sind. Und es gibt aber, das muss man wirklich so sagen, also ich habe auch wirklich auch bei mir auf der Seite oft Rents rausgehauen und gesagt, das Design finde ich grottenschlecht, das sieht aus, hätte ich das designt. Und da muss man auch ehrlich sein, aber ich glaube, dass technologisch auch bezüglich der Vielfalt des Produktangebotes und des Begreifens, wie Software, wie wichtig Software für die Marken sein wird in der Zukunft, dass man da die richtigen Entscheidungen getroffen hat, sowohl bei BMW, sowohl bei Mercedes, sowohl bei Audi. Richtig offensichtlich wird das aber markenübergreifend, ich denke, Mitte dieses Jahrzehnts, 2025. Es gab jetzt auf der letzten IAA, um da noch kurz auszuholen, die ersten Vorboten. Also was du gesehen hast, neuen Audi Q6 e-tron basiert auf dieser neuen Plattform, die wirklich digital gedacht wurde. Das sind keine Prozesse, die man aus irgendwelchen Hybrid-Entwicklungen, wo man Verbrenner und batterieelektrisch so parallel entwickelt hat, um dann auch noch plattformübergreifend viele, viele Komponenten nutzen zu können, auf dem gleichen Band herstellen zu lassen und so weiter. Genauso wie mit der neuen Klasse von BMW, genauso wie mit dem CLA-Konzept von Mercedes, aber natürlich auch VW, elektrischen Golf GTI, das ist die ID.2-Plattform, wo VW sein 25.000 Euro Volumensegment-Fahrzeug zeigen wird, also für den europäischen Markt, weil ein ID.3 kostet in China, ich glaube 15.000 oder 18.000 Euro, 15.000 Euro nur noch, geht das da los, den sie in Shanghai produzieren, ich glaube, in Shanghai produzieren sie den, ja. Aber das sind Fahrzeuge, die ganz anders konzeptioniert wurden. Wir werden hier Reichweiten erleben. Ich finde es heute schon nervig, wenn dir jemand was von Reichweitenängsten erzählen will. aber da werden wir Reichweiten erleben, die irgendwie so im Bereich 700, 800 Kilometer liegen werden. Die Dinger werden in 10 Minuten 300 Kilometer oder 200 Kilometer aufladen können, ja. Und die werden mit so unfassbar vielen Features ausgestattet sein, mit einer Upgradability über viele, viele Jahre, dass die Fahrzeuge besser werden. Tesla hat das ganz, ganz wunderbar davor gemacht. Also ich glaube, dass die wirklich gut aufgestellt sind, aber die Herausforderungen gibt es. Da gibt es mehr Player. Auf der IAA waren so knappe 20 chinesische Hersteller. Mama aller Liebe, lass da mal drei oder vier von nach Europa kommen. Dann ist das schon viel, ja. Ich glaube eher, das sind dann höchstens zwei, die eine Rolle spielen können. Und eine Rolle spielen können ist es im Moment eher einer. Und das ist ja BYD. Und selbst da sind die Absätze immer noch sehr überschaubar. Ja, und ich bin gespannt, wie sich die entwickeln werden. Sind wir uns ehrlich, ich meine, eine Reichweite von 400, 500 Kilometer, das brauchst du halt dann, wenn du in den Urlaub fährst. Das reicht dreimal aus. Fürs Deli-Business reichen 100. Also diese Zeiten, wo die Bekloppten sich die, ich sage mal, zweite Generation des VW Passats mit der ganzen Familie, mit dem Diesel geholt haben, den bis oben hin vollgemacht haben, 1200 Kilometer und egal, wie laut die Kinder gequengelt haben und egal, wie die Blase gedrückt hat, ich fahre die 1000 Kilometer jetzt hier durch bis an der Adria. Das ist doch wirklich sowas von durch. Ich kann auch, das ist so unentspannt und alles. Wenn du drei Stunden gefahren bist oder zweieinhalb Stunden, mach doch 20 Minuten eine Pause. Das gefällt dir. Das tut dir gut. Die Aufmerksamkeit für den Verkehr wird dadurch wieder erhöht. Das Gewissen beruhigt beziehungsweise du hast diesen Ease of Mind, der dann wieder so eintritt mit einer kurzen Pinkelpause und so weiter. Also ich halte diese Diskussion, diese Reichweiten-Diskussion ist die letzte, ist aber die aller, allerletzte Feste, die die Verbrennerabteilung versucht zu verteidigen, obwohl während sie oben noch auf dem Zinn versuchen, die nicht mehr zündenden Argumente runterzuschmeißen, haben die sich alle schon unter dem Burggraben darunter durchgegraben und stehen mitten in der Burg drin. Ja, ja. Schön, dir zuzuhören, Sascha. Es gefällt mir. So, wir haben jetzt wirklich ein Quer durch die Bank, also von über dein berufliches Leben gequatscht und auch das Thema digitale Transformation in Deutschland ausführlich, glaube ich, beackert. Ich würde jetzt gern zu meiner obligatorisch letzten Frage kommen und zwar ist die und lautet, stelle ich allen, die zu mir in den Podcast kommen, drei Learnings, die du hast, die du dem ZuhörerInnen mitgeben möchtest, drei Learnings privater Natur oder auch beruflicher Natur. It's up to you. Das ist so dieser Moment, wo ich wirklich nachdenke. Alles andere ist leider dann auch oft die Verbindung zwischen Hirn und Zunge zu kurz. Ab und zu wünsche ich mal, dass es ein bisschen, deswegen ist dann Schreiben auch besser. Also zu den Fingerkuppen, das dauert länger. Guckt euch an, was die Kids machen. Guckt euch an, ob ihr selber Kinder habt oder im Bekanntenkreis Kinder sind. Schaut euch an, was die gerade machen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen, mit welchen Formaten sie sich auseinandersetzen, was konsumieren sie im Medienbereich, welche Spiele spielen sie, auf welchen Geräten spielen sie diese. Wie interagieren sie untereinander? Wie schließen sie sich zusammen in Communities? Welche Tonalitäten herrschen da? Wie sprechen sie miteinander? Weil da siehst du immer die Zukunft. Du siehst, wie in Zukunft Gesellschaften aussehen werden. Und das in ganz, ganz, ganz frühen Stadien, Trends entstehen nicht dadurch, dass möglichst viele 50, 60-Jährige meinen, das ist das neue, tolle Ding und das wollt ihr jetzt alle haben. Nein, nein, das ist es nämlich genau nicht. Wenn die über Trends reden, dann sind die mehr oder weniger schon wirklich sowas von durchgenudelt und Mainstream geworden, dass es eigentlich zu spät ist, um sich dort noch zu positionieren. Es fängt bei den Kids an, das ist dieser eine, ich will nicht sagen, dass es ein Ratschlag ist, aber das ist etwas, was mir immer sehr, sehr wichtig ist. Das nächste wäre, es ist so wichtig, dass du aus deiner eigenen Blase kommst und das sagen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele kontinuierlich, aber ich meine das vor allen Dingen, wenn du Unternehmer bist, wenn du in einem Konzern, in einer verantwortlichen Position bist, wenn du dich in deiner eigenen Branche und Industrie nur bewegst, dann kannst du bezüglich der Entwicklungsgeschwindigkeit und den Innovationen, wenn du irgendwo zurück bist, meistens nur maximal gleichziehen. Wenn einer Reifen entwickelt hat, die am allerbesten mit orange Farben und blau getupferten Felgen aussehen, wenn du das jetzt auch machst und denkst, wow, dann bin ich genauso geil unterwegs, richtig, dann bist du aber auch nur genauso geil unterwegs. Wenn du aber die Möglichkeit hast, zum Beispiel zu sehen, ich hatte das während in einem Online-Event mit Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmern 2020, während des Lockdowns. Was hindert denn dem Bäckermeister bei euch im Distrikt, im Kiez, zu dem ihr andauernd hingegangen seid, der keinen mehr in die Backstube bzw. den Verkaufsraum aufgrund der Corona-Maßnahmen gerade lassen ist, was hindert ihn denn daran, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, vorne vor seinem Laden QR-Code hinzupacken, zu sagen, scan das Ding an, bist du in der WhatsApp-Gruppe, kannst direkt bei mir bestellen, bezahlen tust du per PayPal und wir bringen dir dann entsprechend das Produkt direkt vor deine Haustür und liefern es da ab. Er braucht nicht Teil eines Lieferando, Lieferhelden und wie die ganzen Dinger heißen, bei uns übrigens Foodpanda, lustigerweise von den Deutschen, ich glaube, das ist die Lieferhelden GmbH, also das brauchst du alles nicht. Er hätte WhatsApp, der mit Abstand meistgenutzte Messenger, den es in Deutschland gibt, QR-Code, Anfang der 90er-Jahre von Toyota entwickelt worden, gibt es auch urlange schon, beziehungsweise Denso, das war eine Tochterfirma von Toyota und dann noch PayPal, was eigentlich auch im Grunde genommen Standard für digitales Bezahlen geworden ist. Das hätte ja zusammengepasst, das sind alles Entwicklungen und Services, die außerhalb seines Bäckerhandwerks stattgefunden haben. Und weißt du, was passiert wäre? Hätte der Erste das gemacht, der hätte sich dumm und dämlich nicht nur gebacken, aber auch verdient damit, weil das der Einzige war, der es angeboten hätte. Und das sind so manchmal diese kleinen, ich würde nicht sagen Innovationssprünge, aber das hat eine ganze Menge mit smartem Unternehmertum zu tun. Diese Weitsicht nicht zu haben, zu reagieren, nicht zu kompliziert zu denken und einfach Dinge mit bestehenden Prozessen umzusetzen und dadurch, dass man das kombiniert, auch in einer gewissen Art und Weise etwas Neues zu schaffen. Du musst nicht jeden Scheiß komplett neu entwickeln. Such dir die Dinge aus, die du nicht kannst, nimm es von den Besten, die es am besten können, die am meisten akzeptiert sind und dann implementierst du das in deine Prozesse hinein und schaffst damit ganz einfach in Bezug auf Service und Usability im Grunde genommen fast schon ein neues Produkt, also potenziell zumindest. Und das kann oft viel, viel einfacher sein, als man denkt. Wir denken zu oft zu kompliziert. Tatsächlich, und dann wird es ganz paradox, tatsächlich ist Einfachdenken weitaus komplizierter, als kompliziert zu denken. Also alles reinzupacken. Sachen wegzulassen, ne? Genau, Dinge wegzulassen, zu limitieren, zu minimalisieren, das ist schwierig, vor allen Dingen, wenn das Endergebnis dann auch noch nutzbar, effizient und erfolgreich sein wird. Kids und außerhalb eurer Blase gucken, wobei das dann ja eigentlich auch in einer gewissen Art und Weise die Kids mit einbezieht. So, das waren jetzt zwei Learnings. wenn du kein drittes hast, dann lasse ich es dir nicht. Oder du hast vielleicht in der Zwischenzeit schon was niedergeschrieben. Das dritte wäre, ja, reisen, reisen, reisen. Das bedeutet vor allen Dingen, dass du dich mit anderen Mentalitäten, mit anderen Kulturkreisen auseinandersetzt und das verändert Perspektiven. Vor allen Dingen erweitert es den Horizont. Nichts ist schöner, als Stereotypen und Vorurteile abzubauen. Nichts ist schöner, als Verständnis für andere Perspektiven und Positionen zu entwickeln. Nichts ist schöner, Traditionen und Mentalitäten zu verstehen und wie sie entstanden sind. Und nichts ist obendrauf schöner, wenn man dann auch noch feststellt, wie viel wir gemeinsam haben. Und deswegen ist, glaube ich, so weiter kann ich nicht rauszoomen, weil für das globale, für den globalen Frieden und wie wir zusammenarbeiten und wie wir miteinander leben, ist Reisen mit das Wichtigste, was ich mir vorstellen kann. Und damit meine ich nicht im Megapark am Ballermann. Okay, super. Super, super Learnings. Vor allem auch das Thema mit den Kids ist auch was, was ich sehr gern Kunden bei Schulungen mitgebe, wenn es darum geht, einfach mal Sachen auszuprobieren, einfach mal die Kinder anschauen, wie machen die es. Das ist das Thema, das du auch mit alte Zöpfe abschneiden, einfach mal testen und schauen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Sascha, danke, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Emotionen, es hat riesen Spaß gemacht, es hat riesen Spaß gemacht mit dir zu quatschen und ich freue mich, dass es die 60. Folge ist mit dir, dass du Gast warst, es ist einfach ein Highlight gewesen für mich, war super, danke für deine Einblicke auch, du herzlich gerne, wie gesagt, danke von meiner Seite, ich wünsche dir jetzt viel Spaß, Austin hast du gesagt, guten Flug morgen und alles Gute und vielleicht sehen wir uns wieder, so wie letztes Jahr kurz am Wartekant oder dieses Jahr war das ja bei einer Veranstaltung. Ich glaube, ich bin nächstes Jahr wieder da, ich werde den ganzen Sommer in Deutschland sein. Ja, ich überlege tatsächlich auch, dass ich rauf fahre, weil ich das eigentlich ein ganz lässiges kleines Festival. Yes, genau das. Das ist eine wunderbare Entschleunigung und dadurch, dass es weniger Menschen da sind, ist es nicht so anonym wie diese großen Dinger und die schaffe ich einfach nicht, weil da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kann übrigens auch das Zeltlager empfehlen, es war echt auch ganz witzige Stimmung. Das glaube ich dir gerne, aber da habe ich zumindest schon mal den Sprung rüber ins Glamping geschafft. Ich brauche Gewinn. Ja, ich meine ja das Camping. Ich meine eh das Camping. Das war tatsächlich echt sehr schön. Okay, cool. Sascha, du, dann alles Gute und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und einen schönen Nachmittag bei dir noch. Danke dir, ciao. Tschau. Das war das Interview mit Sascha Pallenberg. Infos zu Sascha und seinem Blog, den ich erwähnt habe, Metacheles, findet ihr wie immer in den Shownotes, da könnt ihr euch auch für den Newsletter abonnieren. Ich kann das nur sehr empfehlen, es kommen immer wieder spannende News zum Thema Tag und rund um das Thema Tag, muss ich eigentlich sagen, weil es sehr, sehr breit gefächert ist und Sascha hier schon noch gesagt hat im Interview dieses Thema sehr breit aufmacht. In zwei Wochen geht es dann auch schon wieder weiter und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wenn es dann auch wieder heißt, herzlich willkommen zu Business Unplugged.